Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind hier gerade auf dem Festival. Wie ihr sehen könnt, Festival Lushausen. Ich denke gerade von Mayfeld. Ihr Freund ist mit bei mir dabei. Sag mal Moin. Sag mal was. Hi. Hier ist der Raffi. Und das hier ist das Festival. Es geht noch ganz nach da hinten über das Mayfeld und noch ganz nach da vorne. Ich würde mal sagen, wir laufen jetzt einfach mal rüber. Hölle. So. Hier ganz viele Büste. Hier ist ein großes Festival. Aber was noch ein großes Festival ist, dann werde ich auch auf jeden Fall ein YouTube-Video machen. Da kommt Raffi jetzt ja nicht mit. Aber das ist das Festival Herzberg. Vielleicht komme ich nächstes Jahr mit. Aber dieses Jahr geht nicht. Da geht auch in Urlaub. Ja. Aber dieses Jahr wird es gehen. Da fahre ich dann auf Lushausen. Also Fertzberg und auf Lushausen. Zwei Wochen hintereinander. Nur im Bus schlafen. Zwei Wochen hintereinander. Uns hält. Ohne daheim zu sein einmal. Hier Dixis. Komm, wir gehen mal ganz kurz so ein Dixi zeigen. Leute. Leute, ich zeige euch jetzt noch so ein Dixi. Wie eklig es dir aussieht. Die sehen so eklig aus. Nicht entsprechen. Die werden jeden Tag. Also jeden Tag. Die werden jeden Tag rein und geputzt. Leute, guckt euch das an. Wie eklig diese Dixis aussehen. Die sehen so vollgeschissen. Die sehen so eklig aus. Alle Jungs auf alle Jungs. Guck mal, man kann hier so verschieben. Warte. Da. Auf Frau oder Junge. Ich meine jetzt alle auf Frau. Dann kann gar keinen Mann mehr hier reingehen. Oh. Mann. Alle. Gut. Leute. Nehmen wir mal kurz weiter. Jetzt wird es um die Abstellwand. Und wer seht, das ist so ein Happy Festival. Hier Muggel. Ist halt geil. Die bauen ihre eigene Busse selber um. Ja. Zu einem Wohnmobil. Und das ist halt richtig krass. Guck. Und hier hinten ist auch noch alles voll. Ja. Und da ganz vorne, guck da am Wald, das Festival Gelände. Und da gehen wir jetzt hin. Und da werden wir, weil da ist so ein Schwingteil. Und da werden wir ein Schwingteil. Was? Da ist halt so ein Saal am Baum befestigt. Halt ganz oben. Und ähm. Das ist so ein Baum. Guck. Irgendwie nicht so wie ein Baum der. Irgendwie wie der da. Da kann man auf den Matten springen. Ja. So zwei Matten. So. Ihr kennt ja diese in den Sporthallen. In so Sporthallen. So Matten oder so. Ja. Und das ist das gleiche. Guck hier auch alles voll. Alles voller Wohnbaden. Ja. Selte. Backstage. Und ganz da hinten stehen Bier. Ja. Ein paar riesen Schwingstestival. Wir sind hier an den Schweinen. Also auch richtig schön. Wenn jemand Erwachsenes von euch ist, der mal Videos guckt oder schon irgendeine selber entlang hat, dann kommt noch auf das Hausen jetzt. Vielleicht 10 Uhr mit, dann kann ich euch eine Autogrammkarte geben. Oder einfach so, ähm. Das Hausen ist einfach so ein geiles Festival. Also wenn ihr wollt, kommt auf jeden Fall. Richtig cooles Festival. Es geht noch bis Sonntag, also wenn es euch gefällt, kommt einfach her. Es ist so ein geiles Festival, Leute. Ich sag's euch. Ja, also wenn ihr, also, ach und, also wenn ihr noch Kinder seid, also keine Jugendliche, ähm, werdet ihr das, ähm, fragt, fragt eure Eltern, die Tickets für euch sind kostenlos. Halt nur die, ähm, halt nur für die Erwachsene kostet es, glaub ich, Geld. Genau, da kriegt ihr halt so Armbändchen. Aber wenn die Netzkirche auch auf Herzberg kommen, Herzberg, Buch Herzberg Festival, das kennt eigentlich jeder von euch. Das ist eines der größten Festivals. Seit 2017 ist es schiefgelaufen, da war nur Matsch alles. Und dann Katastrophe, da wurde alles mit Bulldogs weggezogen, die ganzen Büsse. Letztes Jahr war es zu heiß und dieses Jahr wird noch am heißesten. Und dann, Leute, hier Müllcontainer und Auto fährt halt für uns. Hier machen wir, hier machen wir alle unsere Müll rein. Ja, also, sieht man schon, wie viel hier ist. Oh, warte ganz kurz, hier von hier oben kann man schön sehen. Ja. Das ganze Festöl. Also es ist riesengroß, Leute. Guckt. Frag mal eure Eltern, ob ihr mal Zeit habt oder so. Nix, da geht's auch wieder. Ja. Jedes Jahr hier in, Misshausen. Misshausen. In der Nähe von Aarsfeld. Aarsfeld fahren. Da ist schon angeschrieben. Genau, da gibt's so ein Schild und da steht schon, so. So, dann gehen wir weiter. Ja. Ich zeig ganz kurz am Boden. Heavy Metal. Metal Pants. Nur noch hier vorne so ein Spanngut befestigen, dann kannst du fahren. Ja. Ich kann jetzt, die Frau jetzt zwar gar nicht, hat sie auch nicht gewinnen, die Frau, aber die Mama, einfach mal will, und jetzt hier ist das so. Und irgendwelche verrückten Leute das so machen, sie saß auf dem Dach und das Auto ist halt gefahren. Und deswegen, ähm, lag man einfach so noch Spanngut dran und dann, und dann geht's halt. So Leute, da laufen wir mal weiter. So, wenn wir wieder da sind, machen wir weiter sehen. Ja. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht schneiden. So Leute, wir laufen kurz weiter. Dauert halt ein bisschen, aber... Bis hier ist da. Wir laufen hinten rum, oder? Wir laufen hinten rum. Ab einem bestimmten Tag, ja. Hier sind die besten Klos zum Stehklo. Ja, hier Stehklo. Halt mal kurz und halt mal ein bisschen, ich muss auf Pissen. Stehklo, nur für die Jungs. Nur für die Jungs. Und... Ja. Okay, Leute. Ihr seht hier, es ist riesig. Es ist ganz groß. Wir sind halt noch Dixies, für unterwegs. Da ist halt hier... Ja, so viel Verkehr ist hier nett, aber... Ja. Boah, ich bin wieder da, Leute. Ja. Laufen wir mal mal geschwind weiter. Jetzt geht's weiter. Wir schocken jetzt einfach. Boah, es muss auch noch sein. Nett wohl labern. Guck. Wir können jetzt noch Festival Gelände, um Festival Gelände. Darf man leider nicht filmen. Auf Pferdwerk schauen, aber hier nicht. Guck, das ist das Festival Gelände hier. Ja. Und da gibt's halt auch ganz viele Leute, die einen Stand haben, die halt Sachen verkaufen. Und dadurch, das durch das Video, mach ich auch Werbung für Dushausen, weil ich find's, Dushausen ist einfach das Schönste. Es ist klein. Der Wald ist schön. Es gibt einen riesen schönen, guten Flush zum Schwimmen. Ja, gibt's ganz viele coole Stellen. Und, ja. Hier Kinderzelt. Das ist buntfarbene. Alles Mögliche. So, wo es Riechen kommt. Manche Trommeln halt. Man kann halt auch Trommeln und Kleidung kaufen. Es gibt hier so einen, so einen, da hinten da, hier die Tribüne, da wo die Spiele drin, da kann man sich eine eigene Band gründen. Das ist praktisch schon ein Kurs. Kann man lernen. Man kann jeder auf dem Bescheid sagen, da kann man die Geräte nehmen und einfach losdenken. Ja, und, und, halt das machen, was man will. Ja. Leute, wir beeilen uns jetzt noch ein bisschen. Ja. Wir müssen doch bis da hinten hin, ganz, ganz nach da hinten zum Fahrrad. Hier ist dich bei einem. Guck. Ja. Da ist ein Kameraden. Ich möchte, und da hinten ist so eine Wackelbrücke. Das ist eine Wackelbrücke. Auf jeder Seite. Aber wenn ihr jetzt noch kommen solltet, dann ist die weg. Ja. Weil die wird, weil Freitag geht's fest, so will es los. Wir sind jetzt schon, wir sind schon dienstag angereist. Ja. Du nicht, Raffi nicht. Hei, ich bin schon dienstag angereist. Und, und dann, ähm, und wir sind halt, ja, ich feldguck hier, ein Trampolin. Da hinten seht man halt jetzt nicht die Matten, aber trotzdem, hier gibt es auch einen Kletterparcours. Ich muss mal Bescheid sagen, und dann geht's los. Und halt da hinten rechts, da gibt's halt auch eine... Da gibt's eine Furt, da gehen wir jetzt glaube ich, ich komme mal hin zu Furt. Ja, wir gehen mal zu Furt und zeigen euch den Fluss, wo wir jeden Morgen sind. Da gehen wir, da gehen wir eigentlich jeden Morgen hin. Ja, au den Tag und so. Wir können noch drei Minuten machen. Ja, gut. Dann machen wir morgen gleich ein neues Video, nehmen wir ein zweites. Ja, zweites. Ja. Und so können wir dann mehr weg haben. Ja, wir haben die daheim dann, wir? Ja. So. Leute. Das war gerade voll der Geilbollach hier. Jetzt. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, ciao, ciao und bis bald. Tschüss. Ciao.